Heute ein Tag in den MMC Studios, da wo auch sonst die Höhle der Löwen gedreht wird, aber heute geht es nur um Promomaterial, also um Aufnahmen, die dann zur Vermarktung der Sendung im Fernsehen laufen, aber natürlich auch Fotos für Printanzeigen, für Plakate, Social Media Videos, also wirklich alles rund um die Vermarktung der Show. Das liegt mir nicht so nah am Herzen, weil ich lieber mit den Startups arbeite, aber es gehört dazu, denn wir wollen ja auch, dass die sechste Staffel ein großer Erfolg wird, von daher habe ich heute versucht, alles zu geben, auch wenn es nicht ganz meine Welt ist, heute in den MMC Studios Promomaterial gedreht. Ich hoffe, es gefällt euch, wenn ihr es dann zum Start der Sendung seht. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Wir haben eine wertvolle Sendung und es lohnt sich alles zu tun. Genau, also 20.15 Uhr, Buybox, die Würde der Löwen, jeden Dienstag, schaltet ein! Bis! 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 Bis!